Okay, es ist jetzt Samstag Nachmittag und die Gruppenfasern im CSS ist inzwischen vorbei. Wir haben am Morgen um 10 Uhr angefangen zu spielen im ersten Spiel gegen DSi und haben ziemlich deutlich gewonnen. Also wie eigentlich vorhersehbar. Und das zweite Spiel dann auch gegen den zweiten Squad von DSi auch ziemlich klar gewonnen. Und dann ist es einmal einigermassen losgegangen. Wir haben dann gegen Night Force of Train gespielt, wie schonmal bei einem EAS-International-Spiel. Und wir haben am Anfang ziemlich gut gespielt, haben dann aber noch ein paar Runden abgegeben und haben dann auf der CT7 schlussendlich doch noch gewonnen. Mit irgendwie 16-12 soviel es man ist. Und dann ist eigentlich das Highlight der Gruppenspiele gekommen, das Match gegen Esuba. Leider haben wir dort auf DS2 gespielt, nicht wie vorhersehbar auf CPL Mill. Wir wissen dann nicht selber wieso, dass die Map geändert hat. Auf jeden Fall haben wir einen ziemlich guten Start gegen Esuba als T. Wir haben eine Pistole-Runde geholt und die andere Runde auch gleich. Und dann sind wir wieder ein wenig hin und her gegangen und schlussendlich haben wir dann ein 8-7 runtergebracht. Auf der T-Seite, also unten gegen Esuba. Und dann beim Seitenwechsel ist es dann ein wenig strau geworden. Dann haben wir ein wenig die Nerven angelassen und wir haben keine Runde mehr geholt bis zum 16-8. Und haben dann verloren. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt Gruppe Zweite. Und wir kommen soweit weiter wie natürlich alle anderen der Gruppen. Wir starten im Winner-Bracket gegen den Dritten von Gruppe B. Das wird Inferno sein. Das ist ein wenig das dümmste Los, das wir erwischt haben. Weil die anderen Gruppen Dritten wären nicht so stark. Inferno ist eigentlich das zweitstärkste italienische Team. Es sind gute Resultate gemacht gegen OBI aus Ungarn und Where is my team von Holland. Und ich denke das wird ziemlich krass. Aber mal schauen, vielleicht können wir uns überraschen und wir haben doch noch gewinnen. Und wenn wir gewinnen würden, dann würde ein Catch 23 dran kommen und dann wird es richtig evil. Oder wir kommen direkt ins Loser-Brack, das wird sich dann zeigen. Ja, das mal so bis jetzt. Und wir hören uns und sehen uns später nochmal.